hallo leute und willkommen zu einem neuen video ich habe mir gerade den brawl pass gegönnt bis meine aufnahme abgestürzt ist da ist auch ein mini pasuten der ist mit dabei wir fangen dann mal an janet sammeln wir jetzt ein bevor wir die noch ziehen weil das möchte ich um ehrlich zu sein nicht jetzt fehlt mir nur noch fang bei kakao wird sich natürlich auch direkt gegönnt cooler skin finde ich jetzt sammle ich münzen und powerpunkte ein bis gleich jetzt fangen wir mit dem opening an wir fangen mit den big boxen okay leider nichts kommen das pin pack machen wir direkt mal mit ganz geile pins leeren halt auch spray ich finde es geiles kriegt man natürlich auch das für openings halt ich finde die power punkte um echt sein cool wird jetzt hochgepowert warte ich guck mal kurz wie hoch ich die polen kann wir finden also gefühlt nur zwei power punkte mega box machen wir am ende machen wir am ende die augen 1 blinkt das haben wir die star prof 8 bit geil die netten leider nichts jetzt machen wir die mega boxen das ist wieder was das wieder was schade aber auch geil booster mega box leider nichts die letzte box darf mini paluten machen leider leider nichts aber zwei neue sachen kann man noch machen zwar ein bild muss hier ist da raus habe ich jetzt auch komplett ich teste jetzt schnell noch mal das war es auf jeden fall mit dem video wenn es euch gefallen hat lasst gerne eine positive bewährung und ein abo da würde mich sehr freuen und dann sehen wir uns beim nächsten mal